1 1 5, da kann man nicht anrufen, das ist unsere folgende mal. Herzlich willkommen zur 115. Folge von Verhundert. Heute von Verhundert Jahren war der 15.02.1921 und heute ist der 15.02.2021 zum Tag der Erscheinen der Folge. Hier sind der Steffen und der Luis, aber ich bin nicht Luis. Und ich bin nicht Steffen. Die Folge gliedert sich in ein Hausmeisterteil, denn wir reden gerne über ein uns wichtiges Thema, uns selbst und das wissen wir oder ich weiß das, das ist eine Schwäche und deswegen haben wir eine Eieruhr, begrenzt uns das zwei Minuten und wir haben wirklich eine physische Eieruhr, denn ich habe diese von einem lieben Wichtel geschenkt bekommen. Vielen Dank. Neben Büchern, einer 100 Jahre alten Postkarte und einem Brief habe ich mich sehr gefreut. Danke für die Eieruhr. Genau. Ich sage den Namen nicht, die Person weiß, wer gemeint ist. Ich muss auch sagen, sie sieht optisch deutlich besser aus als die frühere vor 100 Eieruhr. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank. Es ist ein kleiner Gockel und auch meine Frau ist begeistert, fragt immer, wo ist denn das Hühnchen? Dann weiß ich, damit ist die Eieruhr gemeint. Gut. Ja, würde ich sagen, kommen wir direkt zum Hausmeisterteil. Ich stelle die Eieruhr auf zwei Minuten. Das Schöne ist, bei so einer Eieruhr, das ist so exakt, wie eine Ei-Uhr nur sein kann. Besonders bei zwei Minuten. Ja, es ist super exakt. Wenn es klingelt, hören wir auf, egal wo wir stehen. Setting. Wir sind in meiner Küche, wir sitzen uns gegenüber. Wir haben Kerzenschein, wir haben Game of Thrones Special Edition House Dark Whisky und zwar ein Dala Wohini. Wie spricht man den aus? Ist das nicht ein langer Bouldin? Ne, den hatten wir vorhin. Ach, den hatten wir davor. Dali O'Hini, also ein sehr guter Whisky. Wir sitzen uns hier gegenüber mit genügend Abstand und genießen mal wieder nach langer, langer Zeit eine Folge von Gesicht zu Gesicht aufzunehmen. Ja, mit Abstand. Und fand ich am Anfang doch sehr ungewohnt, weil habe ich ewig nicht mehr gemacht. So mit Buch und Kerze und Aufnahmegerät ohne Laptop und drei Bildschirmen um einen rum, so eine Kommandosentrale, sondern einfach nur so ein iPad, wenn man mal doch mal schnell was googeln muss, das war's. Ja, ich finde es aber mal sehr schön, auch mal deine Gesichtsreaktion mal wieder zu sehen. Also selbst wenn wir sonst dieses Neuland aufgenommen haben, haben wir nur Audio gehabt, kein Video. Das heißt, manchmal war es für mich schwierig zu erkennen, will Luis jetzt was sagen oder nicht? Ja, das ist ganz anders und das, glaube ich, merkt man auch beim Hören, dass es einfach anders ist, als wenn man das offline, online aufnimmt. Dann haben wir nochmal einen Hinweis bekommen von Sascha Kai vom Verein Berliner Unterwelten, dass wir jetzt auf deren Seite verlinkt sind. Bedanken wir uns. Ja, wir haben ja vor zwei Folgen eine Bonusfolge gehabt mit dem Verein Berliner Unterwelten. Die brauchen nach wie vor Unterstützung finanziell tatsächlich. Wenn ihr könnt und wollt, dann helft diesem Verein doch. Ansonsten hast du heute neue Hardware dabei. Was hast du denn, Schönes, Steffen? Ich habe ein digitales Notebook, also kein Laptop, sondern tatsächlich ein Notizbuch, ein Remarkable. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Luis war teilweise aufgeregter als ich, dieses Mal vor Gesicht zu haben. Ja, toll. Das ist ein E-Ink, also ein E-Ink wie ein Kindle, das heißt ohne Hintergrundbeleuchtung, wie so Papier, wie so ein … Man hat einen Stift, auf dem man Notizen machen kann. Ich habe ein halbes Jahr auf dieses Remarkable gewartet, habe dann die Lieferung bekommen und habe es ausgepackt, habe dafür Luis ein Unboxing-Video gemacht. Und dann habe ich den Karton mit dem Stift aufgemacht. Ja, und dann fehlte ein Stift. Also die haben mir das Ding ohne Stift geliefert. Das heißt, ich konnte, ich hatte dann einen teuren PDF-Leser-Reader und konnte aber nichts machen, weil man nur mit dem Stift schreiben kann. Und Steffen hat das live gestreamt, also er hat das geöffnet nach einem halben Jahr warten. Ich war auch total aufgeregt, weil ich finde das Gerät selber sehr schön. Ich habe es für mich nicht gekauft, weil ich so wenig Anwendung dafür hätte. Und dann öffnet er das und dann ist die Box leer. Man muss sich das vorstellen, also Steffen völlig am Ausrasten. Ich habe, ich habe es, ich habe es, es ist da, es ist so schön, die Welt ist so toll. Ha, es ist da, es ist da, es ist da. Und er öffnet die Verpackung des Stifts. Schweigen. Ja, da ist nichts drin. Du hast es nochmal umgedreht, da ist nichts drin. Und ich habe das so gesehen und so, hä? Und das kostete mich mehrere E-Mails und mehrere Wochen Zeit und auch die Androhung von schlechten Bewertungen. Also ich bin eigentlich nicht so jemand, der sowas macht. Das war mir höchst unangenehm. Aber tatsächlich habe ich dann irgendwann nochmal einen neuen Stift bekommen. Und ohne Stift kann man das Gerät nicht verwenden. Nach einem halben Jahr warten. saßt du mit einem Gerät, was du nicht verwenden konntest. Also ich konnte damit letztendlich E-Books und PDFs lesen. Mehr nicht. Ja. Das sind jetzt ganz schön lange zwei Minuten. Ich glaube auch. Wir machen nochmal alles neu. Das hat nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir sagen, das war jetzt einfach zwei Minuten. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir haben, offensichtlich habe ich entweder die IO nicht richtig bedient. Es kann sein. Also das schlingelt nicht. Deswegen machen wir es am Hausmeister-Team noch so weiter, wie wir wollen. Es kann sein, das hatte ich bei der vor 100 Eier-Uhr 1.0, sage ich mal, dass man es erstmal eine Weile aufdrehen muss und dann wieder zurück auf zwei Minuten. Weil sie sonst, die zwei Minuten sind manchmal zu wenig für eine Eier-Uhr, damit sie auslöst. Jetzt klingelt es nicht. Ich habe es manuell ausgelöst gerade. Dann würde ich sagen, sind wir das Hausmeister-Team und ich beschäftige mich mit dieser Eier-Uhr und ich kann sie bedienen bei der nächsten Folge. Bevor wir zu den eigentlichen Themen von vor 100 Jahren kommen, ein Witz, wenn ich darf. Darf ich. Wenn du sagst, aus welcher Zeitung er diesmal ist. Und zwar Wiener Bilder in der Ausgabe vom Februar 1921. Ein 100 Jahre alter Witz. So, bitte, ja, Luis, flash mich. Titel, boshaft. Gast, dem der Kellner ein winziges Backhuhn bringt. Ober, ich wollte doch einen Huhn aus dem Bratofen und keins aus dem Brutofen haben. Wunderbar. Das war einer der Witze von vor 100 Jahren. Nein, ich habe, ich möchte betonen, das war aus meiner Sicht der Beste von denen, aus der Witze-Seite. Gut, also das finde ich witzig, dass das schon der Beste sein soll. Ja, und wir kommen zu den Themen von vor 100 Jahren. Ich würde gerne gleich am Anfang das dickste Brett bohren, die Pariser Konferenz. Ist das okay für dich, Stefan? Dann fangen wir damit an. Okay, und zwar das wichtige Thema war und ist für das Jahr 1921 die Reparation, die Deutschland zu zahlen hat. Und hierzu gab es eine Konferenz, die sogenannte Pariser Konferenz und das Ergebnis ist, 226 Milliarden Goldmark hat Deutschland eine Reparation an die Ontoren zu bezahlen. Wow. Ja, das ist eine Menge Schotter. Das ist richtig viel Geld. Also wenn man das mal überlegt, hast du da irgendwie Zahlen, dass man das einordnen kann? Weil das ist ja jetzt schon schwierig, das 100 Jahre später, also von Mark auf Euro ist ja schon schwierig, dennoch mit Inflation. Kannst du das irgendwie einordnen, dass man das besser versteht? Ich habe mich im Vorfeld der Folge darüber Gedanken gemacht und das Beste, was ich gefunden habe, ist, also ich möchte betonen, Das sind für das Jahr 1921, wo im Deutschen Reich schon eine sehr hohe Inflation herrschte, die Werte und zwar die Gesamteinnahmen des Staates betrugen für das ganze Jahr 1921 149,5 Milliarden Goldmark und die Schuldenlast, und ich betone, das ist die Schuldenlast aus einem verlorenen Weltkrieg, die beträgt 248,85 Milliarden Goldmark. Also, das kriegt man ja gar nicht mehr rein. Also, wenn man sich überlegt, wie viel Deutschland heute an Schulden hätte, das entspricht 90 Prozent der gesamten Schuldenlast, die das Deutsche Reich damals hatte. Und das ist, wie gesagt, die Situation nach einem verlorenen Weltkrieg. Und auch hier diese 150 Milliarden Reichsmark Gesamteinnahmen, das bezieht sich auf ein Jahr 1921 mit sehr hoher Inflation aus dem Krieg heraus. Ich habe die Werte auch für die Jahre davor, 1914 zum Beispiel, rausgesucht und da sind die Verhältnisse noch viel, viel, viel extremer, weil halt das Geld massiv entwertet wurde durch den Ersten Weltkrieg. Und ich habe jetzt die Zahl genommen, weil das dann noch extremer wird. Kannst du sie nochmal nennen, bitte? Okay, 150 aufgerundet Milliarden Gesamteinnahmen des deutschen Staates und insgesamt Schuldenlast 249 Milliarden und 225 Milliarden sind die Reparationen, die zu zahlen sind. Das ist Wahnsinn. Vor allem, ich habe dann auch rausgesucht, es gab dann richtig Diskussionen und Debatten und da wurden dann so Wörter, Schlagwörter rausgehauen, das spricht von Versklavung. Und die Politiker und auch die ganzen Arbeiter, Vorstände und so weiter hatten regelrecht Angst, dadurch versklavt zu werden, sich in einer Versklavung zu befinden. Das war das Wort, was man dann dafür gefunden hat. Es gab richtige Massenaufstände, Massenversammlungen auf den Straßen, die dagegen protestiert haben. Absolut. Also Versklavung ist ein sehr, sehr hartes Wort. Ich denke mir, es ist nur gut zu verstehen, woher diese Entrüstung und dieses Klima herkommt, weil das wirklich sehr, sehr hohe Zahlen sind. Und deswegen war das Klima so vergiftet damals. Man muss sich immer eine Sache vor Augen halten. Das war damals normal. Also das Deutsche Reich wurde ja gegründet in Versailles, nachdem die Deutschen Frankreich besiegt haben. In Frankreich. Und nachdem die Deutschen Elsass-Lothringen Frankreich abgenommen haben und die Franzosen mussten auch hohe Reparationen zahlen. 1871. Das war normal damals. Das muss man immer wieder dazu sagen. Und die Deutschen, man weiß es nicht, aber die haben es vorher so gemacht. Und man kann sehr stark vermuten, die hätten es auch gemacht. Trotzdem ist das eine sehr, sehr, sehr hohe Summe, die sehr schwer zu bezahlen ist. Zu der Vermutung, dass sie es wahrscheinlich auch so gemacht haben, zählt, dass sie ja noch im Weltkrieg diesen Sonderfrieden mit Russland hatten nach der Revolution in Brest-Litovsk. Was ja auch einer, also da haben sie ja letztlich auch Bedingungen den damaligen Russen dann aufdiktiert, damit dieser Krieg an der Stelle, an der Seite, an der Front beendet wird. Und da haben wir auch gesehen, dass das Deutsche Reich massiv die Situation ausgenutzt hat. Gebiete sich zugeschrieben hat und auch Geldforderungen hatte. Zur Einordnung aus dem Versailler Vertrag wurden direkt keine Reparationen in konkreter Höhe vereinbar, sondern es gab nur eine Übergangszahlung in Höhe von 20 Milliarden Goldmark in Sachen Geldleistungen. Und in die Pariser Konferenz, die dient ihnen genau dazu, das festzulegen. Und auch hier ist bezeichnet, dass das Deutsche Reich gar nicht als Teilnehmer dabei ist, sondern die empfangen das Ergebnis. Aber das haben wir auch schon gesehen bei anderen früheren Versammlungen, alles im Zusammenhang mit dem Versailler Friedensvertrag, dass die Deutschen entweder gar nicht dabei waren oder wenn sie dabei waren, kein Mitspracherecht hatten, quasi stumme Zuhörer waren. Und diese sehr hohe Summe ist trotzdem ein Kompromiss. Also es gab erfolgreiche Vermittlungsversuche im Laufe der Konferenz und es ist trotzdem ein Kompromiss. Gut war es. Also es ist nicht die Extremlösung. Es wurde vereinbart eben, dass diese 226 Milliarden Goldmark in 42 Jahreszahlungen zu leisten sind. Also auf 42 Jahre verteilt. Und das ist ja 40 Jahre später wesentlich weniger wert als jetzt. Und zwar stand 1921. Und es wurde vereinbart, dass erst 2 Milliarden Goldmark pro Jahr zu zahlen sind und dann wurde das gesteigert auf 6 Milliarden Goldmark. Das muss man erst mal sagen. Und außerdem ist es verpflichtet, jährlich 12 Prozent des Wertes des deutschen Exports abzugeben. Es gibt ja den WDR Zeitzeichen, den wir beide auch gerne hören. Für alle, die den Podcast nicht hören. Also es ist eigentlich eine Radiosendung, die auch als Podcast zur Verfügung steht. Und dort gibt es, die erscheint täglich. Und jeder Tag behandelt irgendein Ereignis, was an dem Tag vor so und so vier Jahren stattfand. Und da gab es letztens vor ein paar Monaten auch eine Folge, die sagte, dass ich glaube im Jahr 2015 oder um den Dreh herum, ich kriege das Jahr leider nicht mehr zusammen, wurde die letzte Zahlung aufgrund dieser Reparation von Deutschland geleistet. Und das ist einfach, das hängt zusammen mit der Tatsache, dass es auch viele Schuldbriefe gab und so weiter. Dann eine lange Zeit durch die deutsche Teilung diese Zahlungen ausgesetzt wurden und nach der deutschen Wiedervereinigung diese Zahlungen wieder aufgenommen wurden und ausgeführt wurden. Und tatsächlich ist es so, dass vor einigen Jahren die letzte Zahlung dann tatsächlich mal stattfand. Das werden wir verlegen. Ja, und das ist, das hatten wir schon in der letzten Folge gesagt, für das Jahr 1921, wenn man sich auf ein Kernthema versucht zu einigen, wäre es aus meiner Meinung nach das. Was ist jetzt zu tun? Wir haben diese hohe Forderung, die einseitig festgelegt wurde, wie geht man damit um? Man kann es versuchen zu vermitteln, zu erklären, abzumildern, man kann versuchen durch vorbildhaftes Verhalten Verständnis zu erzeugen, man kann es ablehnen, man kann es sabotieren. Und das ist die Seite auch deutscher Frage und auch für die Alliierten, was tun die? Bleiben sie hart, wenn die deutsche Seite die formulierten Forderungen nicht einhält, wie regieren wir, besetzen wir Gebiete Deutschlands, marschieren wir ein, marschieren wir nicht ein. Darum wird es immer wieder gehen. Eine Reaktion war von einer 3000 Mann starken damaligen bayerischen Lokalpartei, ein Umzug, ein marodierender Mob, das haben wir heutzutage auch, ist durch die Stadt gezogen. Und zwar die NSDAP hat zu ersten Massenveranstaltungen ihrer Parteigeschichte aufgerufen gegen die Pariser Beschlüsse und hat stark rendaliert, hat das deutsche Theater in München belagert, bis die Polizei das Mob, den Mob auflösen musste. Was auch im Zuge dieses Themas ich interessant fand, ist, Hitler hat schon damals eigentlich die Mitglieder unter Kontrolle, er ist zuständig für Propaganda und ihm wurde folgerichtig das Amt des Parteivorstandes angeboten und er hat abgelehnt. Und seine Begründung war, dieses Amt würde doch sehr viel Zeit für Sachen erfordern, die ihm nicht interessieren würden, er würde die Zeit gerne anders verwenden. Er hat für sich eingeschätzt, dass seine Zeit noch nicht da war. Und dass es halt dieses ganze interne und dieses ganze Ausschüsse und Verwaltung, Organisation, dass es für ihn noch nichts sein wird. Ja, ich meine, da kommen wir auch noch in Zukunft, in den folgenden Jahren, da werden wir jetzt öfter mal auch Hitler sehen und mitbekommen, auch vor allem dann in München, wenn das der große Aufstand ist. Er war ja auch in seinen früheren Jahren vor allem auch sehr radikal in seinem Auftreten. Also nicht nur in dem, was er gesagt hat, sondern auch durch die Aktionen, die er gemacht hat. Teilweise mit Waffengewalt in irgendwelche Versammlungen reingestürmt. Also das zeichnet ihn ja aus, dass er schon probiert hat, er durch Extremismus in seinen Taten auch Dinge zu erreichen. Ja, Steffen, du meintest vor drei Wochen in einem Gespräch, wir haben jetzt leider auch immer einen Nazi-Teil. Ja, das ist leider so. Vorhundert ist jetzt leider immer mit Nazi-Teil. Das wird jetzt so sein, das wird in den nächsten Jahren leider so sein und es wird immer mehr werden. Ja, bis eigentlich die ganze Sendung noch ein Nazi-Teil sein wird und irgendwann wird es dann vorbei. Ja. Wir gucken mal, wie lange es den Vorhundert-Podcast gibt, ob er wieder dem Nazi-Teil überstehen wird. Ich hoffe es auch sehr. Ja, also jetzt sind wir sogar zu den Nazis wieder abgeschweift, abgeschwurft. Ich weiß, hattest du noch was vorbereitet, glaube ich, denn noch zur NSDAP? Nee, das Thema NSDAP wäre durch. Ich hätte jetzt auch das Thema Jugendorganisationen übergeleitet. Und das ist auch ein gutes Thema, ja. Aber hast du oder möchtest du? Nee, wir haben ja gerade von Nazis gesprochen und jetzt sagst du Jugendorganisationen. Lass uns mal da weitergehen. Danach habe ich noch was. Also gut, Jugendorganisationen ist ein eigenständiges Thema. Und das habe ich jetzt nur mir rausgesucht, weil das für dieses Jahrzehnt sehr, sehr wichtig ist. Das ist, wenn man sich die Biografien anguckt von vielen Widerstandskämpfler aus der Nazi-Zeit, aber eben auch von Nazis und auch von Zeitzeugberichten erzählen die alles von einer Zugehörigkeit zu Jugendorganisationen. Das ist ein Thema, was doch von Historikern sehr geliebt wird. Also wenn man da recherchiert, gibt es Bücher, Dissertationen, Materialien noch und nöcher. Und ich habe mir folgendermaßen überlegt, also ich habe mir jetzt, das ist meine persönliche Trennung, ich habe das getrennt. Und zwar für mich gibt es bei Jugendorganisationen, also das ist quasi überregionale Organisation von jungen Menschen, Betonung überregional. Es gibt nicht nur einen Verein, eine Ortsgruppe, sondern überregional, gibt es drei Abspaltungen. Und zwar einmal Wandervogelbewegungen, dann gibt es politische Organisationen, einmal konfessionelle Jugendvereine. Aber erst mal die Frage, warum sind von vor 100 Jahren zu dieser Zeit Jugendorganisationen so prominent? Warum haben sie einen starken Zulauf? Und das liegt daran, dass nach, die gab es auch vorher schon, also es gibt es auch heute noch Pfadfinder, so kann man das vergleichen. Und der Alltag war halt sehr trist. Die Leute, gerade die Jugend hat nach einem Mittel gesucht, den zu umkommen. Und es gab halt ein Bedürfnis nach Abenteuern, Kameradschaft. Die Jugend wollte in eine neue Zeit ausbrechen, sie wollte aus diesem Miech der Kaiserzeit, aus diesem engen Kassett ausbrechen und die Vorbilder fielten. Viele Väter sind im Krieg gefallen oder verändert wiedergekommen. Da war halt das Bedürfnis da und das wurde durch die Organisation erfüllt. Entschuldige, wenn ich jetzt reingehsche. Ich kann mir das als Elternteil vielleicht so oft vorstellen. Ja, ich habe jetzt, sagen wir mal durchschnittlich vielleicht drei Kinder und bin jetzt alleinstehend und muss diese drei Kinder durchkriegen und selber arbeiten gehen. Merke vielleicht, dass die Kinder keine Schule haben aufgrund von Ferien oder ähnliches und möchte aber trotzdem, dass sie eine gewisse Führung bekommen und auch eine gewisse Disziplin bekommen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich auf die Idee komme, mein Kind in so eine Organisation zu stecken, der es lernt, in der Natur zu überleben, gewisse Disziplinen zu bekommen und vielleicht von anderen etwas zu lernen, anstatt mein Kind auf die Straße zu stecken und mit anderen Kindern zu spielen. Also ich kann mir das auch gut als Elternteil vorstellen, dass es sehr attraktiv war, das Kind abzugeben. Absolut, die jetzt gerade in diesen Anfang der 20er Jahre, die bekanntesten Beispiele sind die Wandervogelbewegung oder die Bündische Jugend. Also die Wandervogelbewegung sagt mir tatsächlich was. Also das sind vor allen Dingen, also der, zumeist sind das bürgerliche Jugend, also Bürgertum, keine Arbeiter eben, darauf liegt die Betonung. Achso, tatsächlich. Keine Arbeiter, bürgerlich, zumeist. Also das ist natürlich, da gibt es ganz, ganz viele Vereine in allen Schattierungen, politisch unabhängig, nicht konfessionell. Also weder religiös, politisch unabhängig und man hat so einen Boomstrauß an Gesinnung dabei. Teilweise sind das die ersten deutschen Hippies, also Leute mit langen Haaren, Einheit mit der Natur, sehr romantische Vorstellungen von Wandern in der Natur, gemeinsam singen. Oft, ich habe mir ein paar Dokus angeguckt, eine werde ich verlinken, dass auch Männer und Frauen im einen Verein sind, sie tanzen, sie marschieren und sie idealisieren eine Dorfkultur, ein vagabunden Leben. Erleben als Gruppe, das machen sie sich, denke ich, schon eine schöne Zeit. Wahrscheinlich auch Krieg ablehnt, also pazifistisch wahrscheinlich, das klingt jetzt so danach. Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt teilweise völkische Gruppen, es gibt teilweise linke Gruppen. Oft, von dem, was ich gelesen habe, durchmischt sich das. Es gibt halt dann so eine doch rechte, sehr auf das eigene Region, auf das eigene Umfeld beziehende konservative Ansichten, gemischt mit linken Ansichten. Also das ist dann sehr durchmischt. Da steckt eigentlich, da steckt auf keinen Fall irgendwas, der Unterschied ist zu anderen Organisationen, keine Ideologie dahinter. Es gibt verschiedene Vereinigungen, verschiedene Ideen und hat viele gute Seiten, aus meiner Sicht. Dann gibt es, was es halt auch gibt, und das gehört eben nicht dazu, sind konfessionelle Jugendvereine, die gibt es ja heute auch noch, wo halt ganz bekannt ist, der Verein christlicher junger Männer, ZVJM oder Quickborn. Das kannte ich auch schon aus einem Podcast, den ich sehr gut finde, der erzählt einer über ihren Großvater, der war Widerstandskämpfer und der war in Quickborn. Und die waren auch Keimzelle von vielen Widerständen, das ist halt für Hitler. Und da ist schon eine gewisse Ideologie dahinter, also da muss man schon katholisch sein, katholischer Hintergrund, teilweise nur Männer und genau, das sind halt konfessionelle Jugendvereine, wo man sich gleich unter gleich gesellt, aber auch sozusagen diese Romantik, diese Nähe zur Natur. Nur die Führer sind dann oft professionelle Theologen, die schon eine gewisse Idee haben, welche Werte hier hochzuhalten sind und welche eben auch nicht. Da würde mich mal interessieren, Luis, du jetzt mal out of topic, um das mal in die heutige Zeit zu transportieren. Warst du mal Teil, eine von, ich sage jetzt mal, einer Pfadfinderbewegung oder ähnliches? Warst du mal im Ferienlager? Ja, im Ferienlager war ich und gar nicht. Ich war immer, nee, nur im Ferienlager. Ja, also ich war auch öfter mal im Ferienlager, wir haben auch Wanderungen gemacht und so weiter. Das hat jetzt keinen, also auch keinen ideologischen Bezug oder so, da konnte jeder hin, wer wollte. Es gibt ja heute auch immer noch die christlichen zum Beispiel im Ferienlager oder sowas. Also sowas war es nicht. Da würde mich mal interessieren, wie das so heute ist, ob es immer noch so diese Ferienlager gibt, ob die einen starken Zulauf haben oder aufs Abwesen abhebt. Pfadfinder gibt es noch. Ja, also wenn es vielleicht Zeitreisende gibt, die hier zuhören und vielleicht selber Pfadfinder sind oder ähnliches. Es würde mich mal interessieren, ob das immer noch stark in ist. Jetzt natürlich in Lockdown, Corona-Zeiten nicht so sehr. Gibt es unter euch jemanden, der dazu Aussagen machen kann? Also hätte ich damals gelebt, als Kind, glaube ich, hätte ich das ganz toll gefunden. Wenn man sich vorstellt, Harika Kessler hat es ja beschrieben, dass die dann mit drei Betten und acht Personen in zwei Wohnungen, in zwei Zimmern wohnen. Es gibt kein Internet, keine Spielekonsole. Es gibt auch wesentlich weniger Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Und dass man dann aus diesem engen und dann wahrscheinlich auch eine sehr, sehr, sehr strenge Erziehung, anders als heute. Wahrscheinlich auch in der Schule sehr, sehr strenger. Und auch schon, glaube ich, mehr vorhergesehen, wie man Weghalt hinführt. Also das, was meine Eltern machen, ist auch, glaube ich, für mich so sehr vorgesehen. Und ich glaube, dass ich das richtig gut gefunden hätte, mir gleich eintrig darum zu laufen, raus aus diesem engen bürgerlichen Trassett, weg von den Eltern. Jetzt hat nur die Frage, also mit dem Bezahlen, ist das vielleicht ein Grund, warum Arbeiterkinder eher nicht drin waren, sondern eher bürgerliche, weil man das bezahlen musste? Nee, das hat damit nichts zu tun. Für die gab es ja auch, es gab, das hatte ich noch nicht, es gibt diese konventionellen Vereine, es gibt die Wandervorbewegung, es gibt die dritte Richtung, politische Jugendorganisation. Und da ist ganz prominent die Arbeiterjugendbewegung, da gehen die halt hin. Und dann gibt es natürlich im rechten Ende die auch. Die wurden aber dann erst später, also HJ und BDM gab es noch nicht, die gab es, kommen erst später. Ja, jetzt sind ja dann später großen Trend gekommen. Genau, die ganzen wurden dann zur Nazi-Zeit gleichgeschaltet und mussten zwangsweise übertreten oder wurden verboten. Aber Arbeiterjugendbewegung gab es schon eher und da gingen die halt hin, wenn die Eltern eben politisch aktiv waren. Das ist ja, glaube ich, einfach in dem Umfeld, wenn du in so einer Mietkaserne lebst, da leben halt nur Arbeiter und dann schickst du auch deine Kinder dahin, weil die anderen Kinder dann auch alle hingehen. Ja, klar, das ist ja das Einzige, was du kennst. Du vertraust denen vielleicht und denkst ja, ja, da wird mein Kind richtig erzogen und da gebe ich das jetzt hin. Ja, man kann ja, vor 100 Jahren waren die Unterschiede in der Gesellschaft krasser als heute. Ja, wesentlich intensiver. Und wichtig ist einfach, dieses Thema durchsieht sich auch die nächsten Jahre. Jungorganisation, das sieht man immer in Biografien der Leute, die damals vor 100 Jahren jung waren und das hat, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Einfluss, wie sie sozialisiert wurden. Ich habe auch dann, also die Beiträge der Leute dann in den Dokumentarfilmen dazu, die kriegen große Augen und erzählen, wie sie ihre Frau kennengelernt haben und die, klar, ist sicherlich auch Verklärung dabei, aber die Leute haben das schon, glaube ich, sehr, sehr genossen, da zu sein. Ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, bis zu welchem Alter man da so teilgenommen hat, aber wenn du sagst, du warst im Ferienlager, ich war auch im Ferienlager, ich habe da auch eine gute, also meistens gute Erinnerung. Sicherlich, jeder hat mal ein negatives Erlebnis gemacht, aber man war halt jung, man war halt Kind und sieht halt die Dinge äußerst positiv. Ja, wichtig ist immer nur, wenn eine so eine Organisation sehr, sehr viele Mitglieder hat, hat man dieses Spider-Mans-Onkel-Prinzip. Spider-Mans-Onkel, hast du Spider-Man gesagt, als er gestorben ist, aus großer Macht kommt große Verantwortung und das ist hier auch so. Und man, muss man, also muss man halt aufpassen, dass halt die nicht beeinflusst werden zugunsten einer Seite, sondern dass das unpolitisch bleibt, finde ich. Und auch unkonfessionslos, das ist meine persönliche Ansicht, da gibt es auch verschiedene Ansichten, aber ich finde es gut, wenn das quasi diese Themen privat bleiben und nicht über so eine Organisation, verbreitet werden. Ich persönlich, gut. Dann, dann haben wir das Thema Jugendbewegung. Hättest du ein Thema? Ich will vielleicht, wo wir gerade beim Wandern sind und in der Natur draußen herumlaufen sind, möchte ich gerne auch noch ein kleiner Funfact to know vielleicht ansprechen. Und zwar, das war zwar am 15.01., wenn man es mal genau nimmt, wäre es eigentlich in der letzten Folge dran gewesen, aber der 15. ist ja immer so ein Scheitelpunkt. Deswegen haben wir es in diese Folge reingenommen. Ich habe gefunden, ich habe gefunden im Chronikbuch einen Fund. Und dieser Fund beschreibt andere Funde. Und zwar wurde vor 100 Jahren ein ägyptisches Grab gefunden, mehr oder weniger per Zufall von US-Forschern. Und dort wurde ein ägyptischer Prinz gefunden, der vor 2000 vor Christus gelebt hat. Und zahlreich, also es war ein sehr bedeutender Fund, weil in diesem Grab sehr, sehr viele Figuren gefunden wurden, die Alltagsleben zeigen. Aus der Zeit von 2000 vor Christus in Ägypten. Unter anderem auch das Anwesen von dem Prinzen, wie der da so gelebt hat, natürlich stark glorifiziert. Der hat natürlich überall mit angepackt, außer bei den Sklavenarbeiten. Man sieht auch so kleine Dinge, wie Abmessungen gemacht wurden oder in Kornkammern gearbeitet wurde, wie Brot gebacken wurde. Und Louis, was ich ganz interessant fand, man sah auch Abbildungen, wie man Bier gebraut hat. Das ist höchst interessant. Auch 2000 vor Christus hat man in Ägypten schon Bier gebraut. Finde ich sehr interessant. Aus Brot, meine ich. Sehr wahrscheinlich. Ja, und ich habe mal probiert, etwas über diesen Prinzen herauszufinden. Ich kann ihn nicht aussprechen, deswegen sage ich, lasst uns den Namen einfach in die Shownotes verlinken. Und habe probiert, etwas über den herauszufinden. Leider bin ich da gar nicht fündig geworden. In der Suchmaschine meines geringsten Mitvertrauens. Man findet tatsächlich, wenn man danach googelt, nur Bilder von den Figuren. Das sind kleine Schiffchen, auf denen dann die Personen draufstehen. Daher auch hier, wir haben ja auch Reichweite, wir können sie ja mal nutzen. Mich würde mal interessieren, ob jemand diesen Prinzen kennt. Bitte einfach mal auf 400.de gehen, in den Blog, in den Shownotes zur Sendung und mal den Namen bitte mal. Der Name des ägyptischen Prinzens ist Mehenk-Wertre. 100%ig falsch ausgesprochen, Mehenk-Wertre. Genau. Falls jemand was von dem kennt, sehr gerne. Würde ich mich freuen. Sehr schön. Und wir haben einen kleinen Feiertag zu verkünden, Luis. Und zwar? Am 18.01. hatten wir den 18.01.1921. Und wenn wir dann 50 Jahre zurückrechnen, haben wir den 18.01.1871. Und wir haben es ja schon vorhin, du hast es schon vorhin angesprochen, Reichsgründung Versailles. Und am 18.01.1871 wurde das Deutsche Reich gegründet. In Versailles. In Versailles. Auf den sozusagen, Frankreich lag am Boden, man hat nochmal raufgetreten und den Sieg verkündet. Und dieser Tag, der eignet sich jetzt zum 50. Jahrestag aus der Sicht von vor 100 Jahren. Als fragt man sich, wird das eigentlich gefeiert? Und da gibt es kontroverse Ansichten. Die einen sagen, ja natürlich soll man das feiern, das ist schließlich die Reichsgründung. 50 Jahre, Mensch, das ist doch mal was. Und dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, ja wir haben gerade einen Weltkrieg verloren und wir sollten diesen Anlass vielleicht nicht nehmen, um zu feiern. Das ist alles sehr angespannt. Arbeitslosigkeit, Inflation, allen geht schlecht. Also nicht feiern. Und es könnte sein, dass es zu Massenversammlungen kommt. Das sehen wir jetzt auch gerade nicht so gern. Und dann gibt es auch noch kritische Stimmen, die sagen, nicht, dass dieser Tag der Reichsgründung vielleicht von nationalistischen, völkischen Bewegungen genutzt wird, um ihre Punkte in die Wahl, also im Grund zu tagen. Und deswegen sehen es auch viele kritisch an, den groß zu feiern. Deswegen wird da teilweise gar nicht gefeiert, was finde ich ja schon bemerkenswert ist, weil man ja zum Beispiel auch im Weltkrieg so Tage wie den Sedantag groß feiert. Ja, vorher auch. Ja, also das ist so ein richtiger Feiertag. Also die Schlacht von Sedan, die man gewonnen hat im Krieg gegen Frankreich, das ist quasi ein Feiertag. Aber den 50. Jahrestag der Reichsgründung, da ist man sehr gespalten, möchte den nicht feiern. Fand ich interessant, dass man darüber so dachte. Siegesäule ist ja auch mit Reparation aus Frankreich bezahlt. Macht auch Sinn, weil wir haben ja einen neuen Staat, die Republik und die Monarchie. Man möchte damit auch einen Cut machen. Die ist ja auch gegen die Republik und gegen die Demokratie. Das sind auch die erklärten Feinde. Das macht auch Sinn. Also aus Sicht der Republik und der Demokratie hätte ich diesen Tag auch nicht gefeiert. Weil das ist ja eigentlich, das ist ja der Anfang der Katastrophe, diese Demütigung Frankreichs. Also die Idee, ein geeintes Deutschland zu gründen, das ist die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Da gibt es eine sehr, sehr gute aktuelle Folge, gerade im Deutschlandfunk dazu, wo die sich da nochmal drauf eingehen. Und es gab erst die Revolution von 1841 von unten. Das kommt, ich mache das sehr vereinfacht. Und die haben den preußischen König, die Kaisergröner, angeboten von unten. Und die hat gesagt, vergisst es. Auf euch Pöbel, Kaisertum ist von Gottes Gnaden. Dann wäre ja meine Autorität von euch. Vergiss es, die kommt von oben. Ich bin Gottes Gnadentum. Und dann kam Bismarck und dann kam ganz, ganz Hild. Und Bismarck hat drei Kriege sozusagen geplant und hat erst Dänemark einen Krieg mit Österreich besiegt, dann Österreich selber besiegt, weil man brauchte, weil es war halt nicht klar, wer jetzt die führende Nation ist. Und dann gab es sogenannten kleinen deutschen Lösungen mit Preußen als führender Staat. Aber es gab erst den norddeutschen Bünd, der ohne die süddeutschen Staaten war. Und dann wurde eben ein Krieg mit Frankreich von Zaun gebrochen, Schlagwort Amscha-Presche. Dann gab es den Krieg, gewonnen. Proklamation in Versailles, wo eben die deutschen Fürsten den preußischen König zum Kaiser aufgerufen haben. Jetzt extrem vereinfacht und in Hyperlichtgeschwindigkeit erzählt. Und deswegen der Unterschied, es kam von oben. Und das ist auch dieser Tag. Und wenn man den jetzt feiern würde, würde man eben ja das genau feiern. Und das ist nicht der Gedanke der Republik und der Demokratie. Und deswegen komme ich zum Punkt, macht es Sinn, das auch nicht zu feiern? Ich hätte trotzdem gedacht, dass da so viele Bürger und Bürgerinnen im deutschen Reich leben, die sich darüber keine Gedanken machen, sondern sagen, die immer noch diesen Nationalstolz in sich tragen und sagen, Mensch, wir wollen aber auf die Straße gehen und wir wollen jetzt auch mal das deutsche Reich feiern. Das hat mich gewundert, dass das teilweise nicht passiert ist. Nach Millionen Toten verloren, den Krieg, der Reparation. ist vielleicht die Botschaft von dem Tag nicht mehr so eingänglich. Also, das war aus der Sicht von 500 Jahren war es vor 50 Jahren, die deutsche Reichsgründung. Ich habe eigentlich nur noch ein Thema, Luis. Gerne. Ich habe gar keins mehr. Ich habe aber, Harikav Kessler hat viel zu erzählen. Deswegen. Ah, dann kommen wir vielleicht mal zu etwas, das wir lange nicht mehr hatten, Luis. Und das ist der 400-Film-Teil. Sehr schön. Wir haben, also, weil, du hast mir erzählt, ganz begeistert, jetzt gibt es Filme von vor 100 Jahren auf YouTube. Erzähl mehr, Steffen. Ich weiß nicht, ob ich das so ausgedrückt habe, ob es, dass es Filme gibt, aber es gibt diesen Film. Und zwar, Charlie Chaplin hat am 6. Februar hat am 6.2. eine Filmpremiere seines Films The Kid. Und das ist wirklich ein Kassenschlager. Ich würde ihn schon als Blockbuster bezeichnen. Ich habe ihn auf YouTube gefunden. Wir werden ihn verlinken. Dort, ja, die Handlung ist relativ schnell erzählt, komme ich gleich zu. Dort spielt ein Kind mit im Alter von 6 Jahren, Jackie Coogan. Sagt dir der Name was, Luis? Nein. Jackie Coogan war einer der ersten erfolgreichen Kinderstars. Und den hat man in zahlreichen anderen Filmen später auch noch gesehen. Unter anderem hat er auch mitgespielt bei der Addams Family. Da gibt es doch diese, kennst du die Addams Family? Nein. Auch keine grobe Vorstellung? Nein. Okay. Also die Addams Family, in der wurde mehrmals, das ist eigentlich eine Fernsehserie in schwarz-weiß aus den 60er Jahren. Da gibt es 64 Folgen von. Und da gibt es auch so einen glatzköpfigen Onkel, der sehr, sehr widerwärtig und eklig ist. und den spielt er später auch. Also da, das finde ich aber schon interessant, dass er dann immer noch Schauspieler war. Ja, ich kann mal gucken, spontan, ob ich dir mal ein Bild zeigen kann, wenn du gar nicht die Addams Family kennst, auch nicht den, den Fester. Dann, so wurde er denn dargestellt. Oh Gott. Also es gibt neuere Verfilmungen, da sieht er denn nochmal ein bisschen anders aus. Jedenfalls in dem Film von Charlie Chaplin sieht er noch so aus, Luis. Ja. Also ein sehr süßes Kind. Ein sehr süßes Kind. Also Steffen war mir gerade einen glatzköpfigen, ähm, doch sehr Onkelfester aus der Addams Family. Also einen sehr glatzköpfigen, unverkennbaren, immer wieder erkennbaren älteren Herrn gezeigt. Und jetzt das Kind. Und der, also dieser Kugeln, der stand schon sehr früh als, als Kind auf der Bühne, hat schon seinen ersten Film im Alter von drei Jahren gehabt, ähm, wurde dann, ich glaube Stepptanz hat er dann gemacht auf Bühnen und dort hat ihn ein gewisser, ähm, Chaplin gefunden, entdeckt und wollte ihn für seinen Film The Kid haben. Dreharbeiten dauerten ein Jahr für diesen Film, der geht übrigens circa 50 Minuten. Wow. Ist ein, ist ein Schwarz-Weiß-Film natürlich, eigentlich ein Stummfilm, der mit Musik untermalt wurde, äh, Musik von unter anderem Charles Chaplin, äh, Charlie Chaplin selbst entworfen und die machen auch so interessante Dinge wie, ähm, ähm, es gibt eine Szene, da, da wirft der Junge, der da auch so circa 5 oder 6 Jahre alt ist, wirft Scheiben ein mit der Steinen und dann hört man tatsächlich ein Geräusch von klirrenden Fensterscheiben, was sie nachträglich natürlich reingebaut haben. Äh, das ist sehr komisch, wenn man das so aus heutiger Sicht ansieht, weil es so ein leicht, so eine leichte Latenz gibt zwischen Scheibe eingeworfen und Ton und der Sound klingt auch sehr, sehr seltsam. Ja, und dieser, dieser Kugeln hat es durch diesen Film sehr berühmt geworden und eine Sache will ich noch zu seinem Lebenslauf sagen, ähm, der hat dadurch sehr, sehr viel Geld gemacht durch seine Kinderfilme, also mehrere Millionen Dollar, was damals enorm viel Geld war und dann hatte er aber das Problem, dass er ja noch minderjährig war und das Geld gar nicht, also jemand anderes seinem, in seinem Fall seine Eltern haben über das Feld Geld gewacht und seine Mutter hat sich von dem Vater scheiden wollen, weil sie nämlich mit dem Manager von ihm zusammenkam, weshalb der Junge dann bei seinem Vater aufwuchs und der Vater hat sich so ein bisschen um das Geld gekümmert, hat das Geld für ihn treuhändisch hinterlegt und hat verfügt, dass er, wenn er volljährig wird zu seinem 18. Geburtstag, dann kann er das Geld rankommen, was ich sehr, sehr vernünftig finde von dem Vater. Nun gab es aber einen tragischen Unfall und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, fünf Tage bevor er volljährig wurde, fuhr er zusammen mit seinem Vater und auch noch ein oder zwei Freunden im Auto und dieses Auto, Hollywood könnte kein besseres Drehbuch schreiben, hatte fünf Tage vor seiner Volljährigkeit einen Unfall, einen schrecklichen Unfall, bei dem das Fahrzeug vom Weg abkam, sich überschlug und alle Insassen sind gestorben, bis auf Jackie Kugel, der ist der einzige Überlebende und dadurch, dass jetzt aber die Mutter offiziell immer noch verheiratet war mit dem Vater, konnte die Mutter jetzt über das Geld verfügen und hat quasi fast das gesamte Geld verprasst innerhalb kürzester Zeit und hat ihm keinen Zugang zum Geld gewährt. Er hat dann geklagt, hat auch Recht bekommen, das Problem ist nur, von dem Geld war kaum noch was übrig, weil es einfach die Mutter geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit das Geld zu verprassen von ihm. Finde ich mega hart, dass du als Kind ja doch dafür arbeitest, dass es eigentlich dein Geld ist, dein Vater kümmert sich darum, dass das Älteste mit jährlich umgegangen wird und fünf Tage bevor du ran kannst, ist das Geld futsch. Also krasse Story. Übrigens aufgrund dieser Geschichte kam es in den USA zu einer Gesetzesänderung, dass Kinder, wenn sie durch Sport oder Unterhalt und Geld verdienen, einen Mindestanteil des Bruttolohnes treuhändisch angelegt bekommen, wo niemand ran darf, bis auf die Kinder, wenn sie dann volljährig sind. Also aufgrund dieser Geschichte gab es eine Bewegung in den USA zu dieser Regelung. Sehr interessant, das war mir nicht bekannt. Und du hast den Film ja geguckt, Ich habe mir den Film angeguckt. Wie war er? Also ich habe ihn angeguckt in anderthalb facher Geschwindigkeit, weil er einfach aus heutiger Perspektive sehr, sehr lang erzählt ist und sehr, sehr lang atmig. Die Geschichte lässt sich zusammenfassen wie folgt. eine Mutter wird schwanger und der Vater hat aber keine Bindung mehr zu der Mutter, weshalb sie das Kind ohne Vater zur Welt bringt und dann erstmal auf sich allein gestellt ist und das Kind aussetzt vor dem Haus einer reichen Familie. Problem ist nur, es gibt eine kleine Diebesbande, die stiehlt ein Auto und das sorgt halt dafür, dass dieses Kind nicht zu dieser reichen Familie kommt, sondern vor den Füßen von dem Charakter von Charlie Chaplin landet. Charlie Chaplin spielt da so einen sehr, sehr armen Menschen, wie wir sehr, sehr oft in Filmen und er ist so ein Glaser und findet dieses Kind zufällig, dieses Baby und er nimmt es natürlich auch und dann ist ein Cut fünf Jahre später sieht man dieses Kind mit Charlie Chaplin sehr, sehr liebevoll und die haben so eine kleine Masche entwickelt, dass das Kind Scheiben einwirft, schnell wegrennt und Charlie Chaplin kommt zufällig als Glaser vorbei. Das ist aber gutes Storytelling. Ja, das ist sehr witzig. Und so verdienen sie sich ihr Leben, bis dann zufällig irgendwann das Kind krank wird und ein Arzt kommt und feststeht, dass es gar nicht das Charlie Chaplains Charakter, also er heißt auch einfach nur The Tramp, also er hat gar keinen richtigen Namen, dass es gar nicht der Vater ist und dass auch die Umgebung, wie das Kind aufwächst, nicht sehr würdig ist. Also er ist ja selber sehr arm und kann dem Kind nicht viel bieten, weshalb das Jugendamt vorbeikommt, das Kind schnappt und das trennen will. Charlie 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 Chaplin man kann sich gut vorstellen, es beginnt eine hektische Situation, in der auf witzige Weise erzählt wird, wie Charlie Chaplin Charakter denn doch noch schafft, dieses Kind vom Laster des Jugendamts zu entreißen und mit dem Kind zu fliehen und aber nicht in die Wohnung zurück kann, weil da ja das Jugendamt wartet und Unterkunft in einer Großherberge findet. In der Zwischenzeit wird die Mutter, die eigentliche, reich, sie wird eine Opernsängerin und wird reich und setzt eine Belohnung aus auf das Kind, sie möchte ihr Kind wieder haben. In der Großherberge sieht der Herbergsleiter diese Zeitungsmeldung von 1000 Dollar und sie hat eins und eins zusammen, dass das dieses Kind sein muss und entführt das Kind, bringt es zur Polizeistation, dort wird es der Mutter übergeben, es kann natürlich sofort feststellen, dass es ihr Kind ist, auch wenn es quasi als Säugling abgegeben und das Kind ist mittlerweile fünf oder sechs und kann es eindeutig identifizieren. Ich finde, das ist aber eine gute Storytelling, ohne Ironie, das ist gute Storytelling, im Vergleich die meisten Filme ist das ziemlich gut. Das ist okay. Und Charlie Shapling ist sehr sehr traurig und das wird auch im Chronikbuch, gibt es auch einen kleinen Artikel dazu, das ist wohl vorher nicht so passiert in Filmen, dass man so emotionale Momente gesehen hat, ohne dass es übertrieben erzählt wurde. Vorher war das so, du hast einen Stummfilm gesehen und dort wurden Figuren, Charakterrollen überspitzt dargestellt. Dick und doof. Dick und doof. Weiß ich noch nicht mal, ob das dick und doof war zu der Zeit. Ich glaube, nur von der Art her. Also quasi überzeichnende Charaktere, die sind ihr eigenes Vorurteil. Die haben keine Tiefe. Genau. Und das war so ein Charlie Chapman zu sehen, wie der an diesem Kind hängt. Auch diese Beziehung zwischen dem Kind war wohl einzigartig und einer der ersten Filme. Ich will immer nicht sagen, der erste Film, weil ich es nicht weiß, aber es gehört auf jeden Fall zu den ersten Filmen, die das gezeigt haben. Eintrag im Chronikbuch seit 1914 und es ist das erste Mal, dass wir sowas lesen in diesem Chronikbuch. Und auch die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, also die YouTube, was ihr da sehen könnt, das ist eine sehr, sehr gute Bildqualität, was ich nicht von 1921 erwarte. Haben die wahrscheinlich mit AI oder sowas nochmal hochgerechnet? Sie haben es auch nochmal, es gab wohl Archive aus Charlie Chaplins Archiven, damit haben sie es nochmal aufgewertet, sie haben es probiert in eine 4K-Qualität zu überbringen, wobei ich nicht denke, es tut das Not zum verkrüsselten Film in 4K, aber ich zeige dir jetzt mal einen Aufschnitt, das ist eine Traumsequenz jetzt, das ist die Situation, Charlie Chaplin Charakter hat, ihm wurde das Kind entwendet und er sucht das Kind tagelang und bricht erschöpft zusammen vor der Tür und fängt jetzt an zu träumen, dass er im Himmel sei und dieses Kind wieder findet und dort muss er sich erstmal Engelsflügel kaufen, weil ja alle Engelsflügel haben und er ist aufgewacht ohne welche, jetzt musste er sich erstmal welche holen und es kommt auch gleich so Szenen, die finde ich sehr, sehr gut gemacht wurden, dass er dann, er wurde an so einem kleinen Seil aufgehangen und fliegt dann hin und wieder so als Engel durch die Luft, sehr gut. Das sah wirklich gut aus, also wie jetzt wäre das 30 Jahre später rausgekommen. Auch die Filmmusik, ich habe nicht so eine gute Ahnung von Filmmusik, muss ich sagen, als Disclaimer, aber ich fand, also sterben zufrieden, ich war schon beeindruckt, wie mit Musik gearbeitet wurde, sie war sehr, sehr einfach und hat sich sehr, sehr oft wiederholt, also es gibt eine Szene, die dauert circa fünf Minuten und dort wurde eine einfache Sequenz von 20 Sekunden einfach als Schleife hinten rangehangen, das hat man schon gemerkt, dass es sehr, sehr einfach war, aber es dramatisch, es passierte sehr basslastig, sehr dramatisch und so weiter, das hat einfach gut gepasst, das fand ich für die Qualität gutes Kino und um jetzt auch das Ende zu verraten, das Kind weiß natürlich Spoiler Alert, Spoiler Alert, also wenn ihr das Ende nicht erfahren wollt, dann schaltet jetzt weg, ich gebe euch noch 10 Sekunden Zeit, in denen ich jetzt einfach noch erzähle, dass ich euch Zeit gebe und man auch noch anstoßen kann, Prost. Und jetzt Steffen, wie geht der Film aus? Ja, noch runterschlucken, natürlich erinnert sich das Kind, wo Charlie Chaplin wohnt, es wohnt ja jetzt bei einer reichen Mutter, ein Fahrer holt den Charakter von Charlie Chaplin ab, fährt vor dem Haus vor, die Tür öffnet sich, das Kind fällt ihn an den Hals, es gibt Küsschen und sie gehen zusammen zu dritt in das Haus, in dem Chronikbuch heißt es, dass sie, es gibt ein Happy End und dass sie als Familie weiterleben, das muss ich sagen, der Film zeigt es nicht, er endet mit der Szene, in der sich die Tür des Hauses schließt, man kann natürlich jetzt annehmen, dass sie als Familie weiterleben. Aber vielleicht ist er auch nur der Gärtner. Ja, vielleicht auch nur der Gärtner oder der Glaser. Aber Steffen, man merkt, dass wir älter werden, wir denken dazu komplex. Wahrscheinlich ist die Version mit Familie die naheliegende. Also wenn ich so aus meinem Alltagswissen mir so hundertjährige Stummfilme so im Kopf, wenn mir die so aufblitzen, finde ich, war das schon eine ordentliche Qualität und ich kann verstehen, warum das ein Kassenschlager war und dass man sowas vorher nie gesehen hat. Das heißt, wenn man wirklich Interesse haben sollte, einen Film von vor hundert Jahren zu gucken, ist das im Vergleich zum Rest eine super Idee. Ja. Im Vergleich zum Rest. Man kann trotzdem nicht erwarten, dass man Storytelling und Spannung von heute bekommen kann. Es ist tatsächlich auch komisch. Also es gibt eine Szene, da geht der Junge, also dem Jungen wird von dem anderen Jungen was geklaut und die fangen sich an zu prügeln. Charlie Chaplin sieht das. Auf witzige Weise entsteht dadurch ein kleiner Boxkampf, der ist wirklich gut gemacht, dann kommt der ältere Bruder von diesen bösen Jungen, sag ich mal, der sich dann mit Charlie Chaplin prügeln will und der schafft es einfach, diesen Prügeln aus dem Weg zu gehen, indem er sich duckt oder ihm zeigt, da hinten dreh dich mal um oder in dem Slapstick. Es ist einfach Slapstick, aber auf einem guten Niveau. Es ist jetzt nicht so, wo du denkst, ja jetzt kommt hier gleich, ups, die Pannenshow. Es ist einfach tatsächlich gut erzählt. Es macht irgendwie Laune, das sich anzugucken. Charlie Chaplin, aber das ist ja kein Geheimnis, ist eine coole Sau. Ich habe ein paar Filme gesehen und die waren alle gut, ich war überrascht. Also The Dictator als Beispiel. Ja, The Dictator, das habe ich mal gesehen, das ist ein wirklich guter Film. Wahnsinn, auch diese Rede zum Schluss, da war ich auch wirklich überrascht und das ist so gut und der hat sich ja auch nicht ohne Grund so lange gehalten, auch dann in das Turmfilm-Genre übergegangen. Großartiger Künstler, der seinen Ruhm zu Recht verdient. Ja, also tatsächlich Wahnsinn, Hut ab. Ja. Und damit denke ich, kommen wir von einem Schauspieler zum nächsten, ich will nicht sagen Schauspieler, denn er ist ja, er kann was, genauso wie Charlie Chaplin, konnte er was. Er erzählt zu den bestaussehendsten Eulen, die es gibt. Die Rede ist von Harry Graf Kessler. Wer vor 100 kennt, der weiß, dass Louis seit mittlerweile Jahren sein Tagebuch liest und du hast wieder sein Tagebuch hervorgeholt, habe ich gesehen. Das heißt, wir hören jetzt gespannt Louis zu, was er zu Harry Graf Kessler zu erzählen hat. Ja, also Harry Graf Kessler hat natürlich, wer kennt das nicht, also sein Leben war vor 100 Jahren besonders spannend. Ich habe schon ein paar Spoiler gehört, worum es heute gehen wird. Also haltet euch fest. Ich war sehr, sehr begeistert und zwar, er hat eine Sondermission gehabt und zwar beim Internationalen Gewerkschaftsbund und zwar in Amsterdam. Er ist in Amsterdam gefahren mit einer sehr unbekannten Persönlichkeit heutzutage, nämlich Albert Einstein. Wow. Er ist mit Albert Einstein gemeinsam nach Amsterdam gefahren. Zur Eingliederung Albert Einstein war auch schon vor 100 Jahren sehr, sehr berühmt. Sehr, sehr berühmt und das Ziel war beim Internationalen Arbeiterbund, bei der Internationalen Gewerkschaft, Verständnis für die Position der deutschen Seite zu erreichen als Reaktion auf die Pariser Verträge. Wir hatten ja am Anfang der Folge auf die Pariser Verträge gesprochen, mit diesen sehr hohen Reparationszahlungen und hier ging es darum, mit einer Pazifistengruppe mit Albert Einstein nach Amsterdam zu fahren, um dort beim Internationalen Gewerkschaftsbund in Fühlung zu treten. Und darum geht es. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber kurz zur Einordnung kommen, weil ich werde euch gleich die wichtigsten Stellen aus seinen Einträgen vorlesen und das hatten wir schon. Das ist ja das, was Harry Graf Kessler über sich selber schreibt und da ist er natürlich schon, also er hat, werden wir auch gleich wissen. Er ist schon die schlauste Eule unter den Eulen. Genau, also er ist schon, er mag sich selber schon äußerst. Also er findet schon, dass er ganz schön eine helle Kerze ist und deswegen muss man da auch mal gucken, wie man das einordnet und deswegen fange ich an mit der Einführung und zwar dieser Kletkota Verlag in dieser Tagebuchaufgabe, die wir haben, der hat auch immer eine Einführung zu jedem Band und das sind so 50, 60 Seiten und da gibt es auch ein Kapitel über seinen Pazifismus, Skepsis und Engagement und zwar als der Krieg losging, war Harry Kressler durchaus ein Kind seiner Zeit und er hat den Krieg romantisiert, idealisiert und er war kein Pazifist, das kann man schon sagen und diese Einstellung hat sich gewandelt. Er war aber keiner, der nach dem ersten der Bombe gesagt hat, Krieg ist Mist, sondern das hat doch einige Zeit gedauert und erst 1918 ist er sozusagen, als auch der Krieg dann für seine Partei auch verloren war, ist er umgeschwenkt letztendlich und er sagt, Zitat, nach meiner Ansicht sei der Pazifismus heute die einzige Rettung, nur durch ihn könne Deutschland wieder hochkommen. Eintrag am 2.11.1918 ist in einigen Vereinen beigetreten, um den Pazifismus zu supporten und zwar im Bund Neues Vaterland ab 1922 Deutsche Liga für Menschenrechte. Er war auch in einem anderen Verein Mitglied. Da war er nicht alleine, da waren zum Beispiel Käthe Kollwitz Mitglied, Heinrich Mann und die waren auch Mitglieder in diesem Bund Neues Vaterland. Das würde auch so ein bisschen erklären, warum er im Sosiso-Club war. Das haben wir letzte Folge gehabt. Das war so ein Club, der sich, das hat so ein bisschen was mit Bitban Holwig zu tun, dass das ist gestorben vor 100 Jahren und dann hat sich daraufhin der Sosiso-Club gegründet, der dann auch gegen die Nazis letztendlich, also der hatte viele Mitglieder, die dann später gegen die Nazis operiert haben. Das würde auch ein bisschen erklären, warum Harry Graf Kessler da in diesem Club mit drin war. Vermutlich. Ja, er war auch ein begeisterter Netzwerker. Er war jedoch Pazifist. Er hatte immer die Neigung, sich auf Neues einzulassen. Er war kein Radikal-Pazifist. Er war, wie immer, hat sich nie wirklich eindeutig festgelegt, war grundsätzlich dafür, hat natürlich, war auch immer der erste Kritiker, dass Pazifismus besonders gegenüber seinen Mit-Pazifisten Einordnungen. Aber so viel nochmal zur Einordnung. Er war, Soldat, er war, er kommt aus der Elite und er wandelt sich, also er hat sich massiv verändert und das ist ja auch das, was ihn so spannend macht in seinem Tagebuch, weil man eben viele Facetten über ihn erleben kann, halt unter anderem, dass er halt mal mit Albert Einstein nach Amsterdam fährt, um beim Internationalen Gewerkschaftsverbund Werbung für die deutsche Seite zu machen, als Reaktion auf die Pariser Beschlüsse. Wer macht das nicht? Du sagst ja immer, dass das ja so eine Art Forrest-Gump-Phänomen ist, er war immer überall bei wichtigen Dingen mit dabei. Richtig, aber als James Bond, also er hat ja schon andere Ressourcen als Forrest-Gump gehabt, also das lag ja aus seiner Herkunft und aus seinen intellektuellen, aber auch wirtschaftlichen Stellungen ist das ja begründet, dass er halt nicht andere ausgewählt werden oder ausgewählt nicht, dass er überhaupt die Optionen dazu hat. Am 15. Januar war er halt in Berlin und er fuhr in diesen zwei Wochen nach Amsterdam eben mit Albert Einstein, mit ihm redet er auch. Er beginnt, wie er mit Albert Einstein und anderen zusammen war, bei einer Vorstellung, alle waren sehr begeistert, handelt sich um Theater und bevor das Ganze losging, trifft er sich oder er ist bei Richard Kühlmann, auch passiert mir, also passiert er natürlich ständig, Richard Kühlmann ist der ehemalige Staatssekretär des Äußeren und der war sehr lange Außenminister während des Ersten Weltkrieges, das ist damals Staatssekretär des Äußeren und die unterhalten sich natürlich über die Kriegsschuldfrage und das ist natürlich sehr, sehr spannend mit einem Mitglied des damaligen Kabinetts dieses Thema zu eräutern und er schreibt seine Erinnerungen hier wieder, er sagt Kühlmann, also Zitat, Kühlmann über Krieg, er meinte, der Krieg müsste zwangsläufig eintreten nach dem Ultimatum, auch er hätte nichts daran ändern können, wenn er Nonon gewesen wäre, das hätten auch englische Politiker im Gespräch bestätigt, hier geht es um das Ultimatum Österreich-Ungarn an Serbien und der ehemalige damalige Außenminister sagt, damit war der Krieg schon nicht mehr aufhaltbar, weiter, das fand ich besonders interessant, Kühlmann sagte auch, er habe nie herausfinden können, wer eigentlich den Krieg verursacht habe, denn irgendjemand muss schon vorher den Russen englischen Beistand versprochen haben, erst aufgrund dieses Versprechen hätten die Russen mobilisiert. Ich habe das deswegen aufgenommen, weil nicht, dass da eigene Verantwortung reingeht, sondern man sagt, der Kriegsverursacher war der, der verantwortlich war, dass die Russen wussten, dass die gegen die Deutschen in den Krieg eintreten würden, die Engländer. Entschuldigung, also es war so, Österreich-Ungarn hat das Ultimatum gestellt gegen Serbien und es war klar, sollte es zum Krieg kommen, ist Russland als Schussmacht von Serbien mit dabei und es gab zwischen Frankreich und Russland ein Abkommen auch, das heißt, die waren auch verbündet und die Frage war, was macht England? Wir haben unsere Insel und wir wollen uns hier nicht einmischen, aber das war anders, weil lange Geschichte, deutsche Flotte, sauer auch Deutschland und darum geht es halt gerade. Durch dieses feste Wissen, Aussage, dass England dabei wäre, wäre es zum Krieg gekommen. Ich hatte das für groben Unfug, dass es nur ein Baustein von vielen das zum Krieg geführt hat. Ja, ja, da waren viele andere Faktoren noch mit drin. Aber solche Gespräche finde ich interessant, deswegen droht es sich für mich dieses Tagebuch zu Das ist ja eine interessante Selbsteinschätzung des damaligen Außenministers. Er war eben dabei und nicht wir und deswegen ist es interessant, was er sagt, das heißt nicht, dass es stimmen muss. Ich meine, ich denke nicht, dass er das sagt, um die Schuld abzuwenden. Vielleicht war das seine Wahrnehmung so. Wir haben halt jetzt über 100 Jahre später ein anderes Wissen auch. Und jetzt beginnt es am 10. 2., dass er eine Anfrage bekommt, über seine Mitgliedschaft in den Pazifistenvereinigungen, dass er mit Albert Einstein nach Amsterdam fahren möchte, ob er dazu Lust hat, um dort wegen der Pariser Beschlüsse mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund in Fühlung zu treten. Karl Karl Kessler will. Natürlich. Natürlich will er. Das ist die Gelegenheit. Also ich würde auch gerne nochmal mit Albert Einstein im Zug sitzen und ihm Fragen stellen. Aber ich würde mich, glaube ich, dann in der Hinsicht würde ich mich nicht über pazifistische Fragen mit ihm unterhalten, sondern über andere Dinge. Gut, dass du das sagst. Genau das hat er gemacht. Und zwar, jetzt sind sie im Zug. Er mit Albert Einstein. Natürlich fängt er an, mit Albert Einstein zu reden. Harry Kessler redet mit Albert Einstein. Ich bin gespannt. Also da freue ich mich jetzt schon seit ungefähr vor drei Stunden hast du mir das gesagt. Ja, Zitat. Ich werde mit Einstein heute Abend reisen. Nochmal, bevor es losgeht, Harry Kessler in seinem eigenen Tagebuch. Er schafft es natürlich der wichtigste und tollste Hecht zu sein. Nicht Albert Einstein, aber Abends abgefahren. Nach Amsterdam mit Einstein und Lehmann Rüßbüth. Einstein meinte, er müsse eine längere Unterredung mit mir haben, um sich über unsere Pläne und Zwecke genau zu informieren. Ich setzte ihm auseinander, wie ich mir unser Verhalten gegenüber dächte. Wobei Einstein, wie er sagte, dem Advocatus Diaboli machte. Schließlich erklärte er, er fände alles, was ich sagte, sehr überzeugend. Er glaube, in der Tat, dieser Weg sei der richtige. Trifft es einfach so, wie Harry Graf Kessler denkt. Hier ist überhaupt gar nicht, was der Plan war, sondern wichtig ist, zu schreiben, Albert Einstein hat ihn gefragt, was wir machen und Albert Einstein fand es sehr gut, was er denkt, was zu tun sei. Wahrscheinlich hat Albert Einstein auch die Abhandlung seiner Theorie vorher Harry Graf Kessler zum Gegenlesen per Peer-Review gegeben. Auch hier, Stefan, gut, dass du das sagst. Am nächsten Tag ist Grenzkontrolle. Er schreibt über Einstein nur, dass er offensichtlich zum ersten Mal Schlafwagen fuhr, warum er das heißen soll. Aber für Harry Graf Kessler ist das ja doch Lob. Es gibt keine wirkliche Beleidigung von Harry Graf Kessler. Wir haben schon andere Kommentare von Harry Graf Kessler über Personen gesehen. Keine Beleidigung ist ein gutes Zeichen. Richtig. Und jetzt kommt eine ganz lange Unterhaltung, wo halt quasi aus Harry Graf Kesslers Sicht er zu Einstein gegangen wäre und er ihn gefragt hätte, ob dann seine Abhandlung der Relativitätstheorie man auch auf atomare Ebene anwenden könnte. Also quasi, ob die auch innerhalb eines Atoms auf atomarer Ebene gehen würde. Und nach der Darstellung in dem Buch, ich gebe das jetzt nicht wieder, weil das ja lang ist, haben sie eine sehr tolle Unterhaltung gehabt, wo auch Einstein sich sehr über die Anmerkungen von Harry Graf Kessler gefreut hat. Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Ja. Also man kann ihn ja gerne haben, aber also ich weiß es nicht, ob man vielleicht im Nachhinein nicht Albert Einstein huldigen, sondern Harry Graf Kessler. Vielleicht war das auch gar nicht Albert Einsteins Ideetheorie, wenn ich das jetzt so höre. Ja, also hier Es ist also wirklich wahnsinnig Mich würde bei sowas auch mal Also hier ist es wirklich Reaktion Einstein bejahte dieses Zitat, in der Tat sei die Dimension das letzte absolute über das man nicht hinaus kommen konnte Er wunderte sich, dass ich gerade darauf gekommen sei wenn es sei das tiefste Geheimnis der Physik Diese Unerklärbarkeit und Absolutheit der Dimension Wahnsinn Wahnsinn Er ist ein Genie Dass ich Harry Greifke Weißt du, da ist eigentlich ein verloren gegangenes, eine verloren gegangene physikalische wissenschaftliche Laufbahn Also Relativitätstheorie kann er auch, also da kann er quasi noch Albert Einstein auch nochmal ein bisschen Auf jeden Fall Wenn er eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen hätte Boah, da wäre ja die Physik ja schon Meilen weiter Quantensprünge Genau Aber jetzt kommt es natürlich also Harry Kressler also ein sehr fast nopter Adeliger hat sich im Laufe des ersten Weltkrieges komplett gedreht und ist jetzt auf einmal Pazifist und etwas rot angehaucht ja aber quasi nur die Idee er fühlt sich jetzt dem den Arbeitertum natürlich überhaupt nicht zugehörig Also er will mit ihnen reden aber er will nicht angefasst werden Ja, so ungefähr und er geht jetzt also dieser fast nopter Typ geht jetzt zum Internationalen Arbeiterbund in Amsterdam mit Einstein und jetzt beschreibt er sozusagen seinen Eindruck er trifft dort jemanden und der heißt Finnen das ist ein großer blonder Mann wird hier beschrieben und das ist halt der Generalsekretär des Internationalen Arbeiterbundes Erstmal Zitat Ankunft in Amsterdam und dann gehen die ja durch Amsterdam und jetzt sind die in diesem Haus wo dieser Staatssekretär des Internationalen Arbeiterbundes wohnt Zitat Eindruck einer patrizerhaften sehr belebten mittleren Großstadt viel Stil und Behäbigkeit zu Amsterdam erstmal und dann so auch beim Internationalen Gewerkschaftsbund bei dem wir um drei vorsprachen er der Staatssekretär also der Generalsekretär Finnen er besitzt ein patrizerhaftes hübsches Haus in einer vornehmen ruhigen Wohnstraße etwa im Stil eines gut praktizierenden Arztes oder Rechtsanwalt Vornehmer Eingang gute Alte etwas dunkle Möbel bunte Glasfenster Perser Teppiche ja und er beschreibt wie er diesen Generalsekretär trifft wie er wie er gerade sich mit einer sehr schönen gotischen Holzfigur aus dem 15. Jahrhundert auseinandersetzt flämisch burgundig flämisch burgundig ja und das ist sozusagen der Eindruck den er da wieder hat kriegt nach dem Arbeiter also fand ich halt interessant weil da wird auf jeden Fall ein guter also ich glaube nicht da wird ein guter Kern Wahrheit dran sein man weiß nicht aber ich denke mal die Figur wird es gegeben haben und das Haus wird es ausgesehen haben also ja ich vertraue dem Harry Graf Kessler schon wenn er so Dinge beschreibt wie die so wie er sie empfand dass er sie wirklich so empfanden hat ja also bei ich finde das klingt schon sehr positiv in seinen Augen aber es ist halt mega interessant weil man denkt der Arbeiterbund und dass er und dass das so beschrieben wird und der godischen 15. Jahrhundert wo ich ein bisschen vorsichtig wäre glaube ich wenn der Harry Graf Kessler sehr negativ abfällig über Dinge schreibt wir hatten das letzte Folge da war er in so einem Dorf der war in Tilsit an der lettischen Grenze und immer liegen Ostbräuten Heuze Kaliningrad ja und der fand das ja sehr sehr heruntergekommen ich glaube da wäre ich vorsichtig ob das wirklich so dermaßen heruntergekommen war nein nein der fühlt sich da schon internationalen Gewerkschaftsbund Mission Pazifistentum mit Albert Einstein das ist so seins das ist so seins das ist so quasi seine Ebene ja genau dann geht es halt weiter also ab jetzt kommt auch nicht mal viel bei Albert Einstein das ist sehr schade ich hätte ich hätte schon mich gefragt ob Albert Einstein ihn noch mehr gefragt hätte ich hätte gerne Albert Einstein wenn sie dazu gehört würde mich sau interessiert Zitat ich sagte unsere Wünsche gingen dahin die Reparationsfrage aus dem eng begrenzten deutschen französischen Rahmen herauszunehmen und wieder zu einem Teil zu machen des großen Problems der Weltwirtschafts und des Wiederausbaus oder zumindest des Wiederaufbaus Europas mit Einschluss von Russland denn nur auf diesen breiten Boden sei sie lösbar wir betrachten sie ferner als eine Frage die nicht bloß Frankreich Deutschland und England angehe sondern alle Völker auch den Neutralen daher müssten Wirtschaftler nicht bloß Politiker über sie beraten und sie auch in letzter Instant entscheiden Finnen gab mir zu dass ich theoretisch vollkommen recht hätte praktisch fehlen den internationalen Gewerkschaftsbund die Macht diese Forderung im Augenblick durchzusetzen weil es ist eine schlechte jetzt lese ich nicht weiter vor der Finnen sagt halt wir haben eine Weltwirtschaftskrise das heißt die haben jetzt nicht gerade Angst vor Streiks weil das machen wir die Wirtschaftslage gut ist dann hat er Angst dass sich die Arbeiterschaft wieder mal teilt und zerschlittert und deswegen möchte er jetzt nicht für für die deutschen Arbeiter international die Gefahr heraufbeschwören dass sie sich weiterspalten würden aber das finde ich eine richtig gute Einschätzung der Lage genau das war auch so ein Hauptargument Zitat die Hauptsache sei für sie vorderlich dass sie nicht wieder auseinander ginge sie müsse sich erst ansehen gewinnen nicht ansehen verlieren in einer ergebnislosen französisch bourgest also schöne Giste gerade jetzt im Deutschen Reich hatten wir auch die Situation im letzten Jahr ist doch gar nicht so lange her dass sich ja die kommunistische Partei die USPD mal wieder gespalten hat genau was ja auch Arbeiterbewegung ist aus meiner Sicht ist das eine gute Einschätzung klingt auch sinnvoll er versprach aber etwas zu tun einmal versprach er sich beim internationalen Arbeitsamt GEMF zu bringen einen Anspruch anzumelden und zwar dass halt Arbeitervertreter bei den englischen französischen Delegationen dabei sein werden sollen das was ja Sinn macht es gibt ein internationales Arbeitsamt GEMF von vor 100 Jahren das wusste ich nicht finde ich interessant weiteres würden sie alles andere tun um ihnen zu helfen voraussetzung wäre aber schlagendes Material und dann würde er sich beschweren dass er entweder gar keine Infos bekommen hätte oder dicke Kataloge voller Infos aus Deutschland mit denen er nichts anfangen kann dann bräuchte kurze knackige Argumente jetzt kommt zuerst Beleidigung von Harikav Kessler in den ganzen Zusammenhang das kommt aber spät ja da war ich auch überrascht und zwar also dieser Finne dieser Generalsekretär Zitat machte etwas den großen Herren und lud uns ein abends mit ihnen im Weinrestaurant Pollmann zu essen das hat ihm dann nicht gefallen und am 15. Februar Zitat früh mit Einstein im Reichsmuseum war von der Nachtwache zuerst enttäuscht und dann überwältigt völlig sprachlos vor Erregung aber warum schreibt er es nicht nö achso es war ein Tagebuch ich war auch schon im Reichsmuseum und ich finde es witzig dass da Harikav Kessler mit Albert Einstein auch vor dem gemäht beschreibt es mal ich fahre noch nie da das Reichsmuseum ist das zentrale Museum in Amsterdam das ist halt sowas wie die Lufre ja sowas also sowas wie die Lufre und auch wirklich groß und sehr touristisch und mit halt der Nachtwache ist das bekannteste Stück und das ist super ist total toll gemacht ich hatte damals so einen Audioführer und die Nachtwache ist so ein riesen Gemälde ich werde überrascht wie groß das ist von Rebenbrand also die die meine ich auch zu kennen vor meinem geistigen Auge das hat so ein dunkles Bild mit so Holländern die die so spanische Kleidung anhaben und ich meine das kommt aus den Befreiungskriegen und das ist super belichtet und das ist einfach ein riesen Bild das ist irre groß und wenn der vorsteht das fand ich sehr beeindruckend und das Gebäude ist schön das ist saugroß also im einen Tag habe ich in einem Schnellverfahren versucht möglichst viel zu sehen trotzdem lang nicht alles geschafft total toll gemacht also erste Liga der Welt finde ich für so ein Museum besser kann man es nicht auch bearbeiten und privater Tipp im Innenhof gibt es einen Museumskaffee ich liebe Museumskaffees und da kann man richtig schön drin sitzen und dann Kaffee trinken ist teuer Amsterdam ist immer teuer Museumskaffee da besonders war aber eine Tasse Kaffee da trinken war cool weil das war in jedem Museumsladen man saß in dem Innenhof drin der war so verglast aber das Gebäude selber ist sehr alt hatte so eine durchmischte Architektur und mit Dach drüben drauf total toll warst du mal in London im British Museum Leider nein da sind wir mal reingegangen also meine Frau und ich da gibt es zwei Cafeterien aber eins ist da auch relativ zentral sehr sehr weit offen ist ein bisschen kalt die Atmosphäre aber hat auch was wenn man da so sitzt und man kann von dort aus quasi so in alle Richtungen gucken das ist irgendwie schön um die Atmosphäre des Orts so ein bisschen zu atmen also meine Frau weiß schon ich muss in diesen Museumskaffee rein die ich jedes Mal nicht so begeistert ist allerdings auch sehr laut dann da ja extrem laut auch sehr eng und man kriegt mit Glück nur einen Tisch und dann dauert das auch alles ewig und das hat irgendwie weiß ich nicht wie viele Pfund für seinen Tee oder Kaffee ja auch genau kostet auch aber weiß ich nicht also ich aber mir ist es mir ist es da eingebrannt ich fand es schön da zu sitzen man hat ja dann mal einen Haufen Material ich bin auch ein großer Konsument von so Museumsläden also perfekt habt ihr mich da da eingeschaut und saß dann da so da mit einer halb geschmolzten Kritikkarte aber war sehr sehr glücklich für einen schönen Moment ja ich kann mich das sehr gut vorstellen ja genau aber das war das aus dem Leben von Harry Graf Kessler und ja er hat die alte Eule hat geliefert fand ich heute ja vielen Dank Louis das war sehr unterhaltsam wieder dann ja sind wir durch mit den Themen schon wieder ja und verabschieden uns und reisen zur nächsten Folge ich hoffe ihr hattet sehr viel Spaß beim Hören und in die nächste Folge könnt ihr in die Zukunft reisen indem ihr eins tut warten